Hallo und guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir fahren heute auf die CMC. Wir sind sehr früh wach. Wahrscheinlich mal Kollegen noch früher, weil ich habe gehört, dass der um 5 Uhr steht. Hallo Kuro. Ne, um 4 Uhr hat er gesagt. Genau, und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg mit den ganzen Zeugs und Stuff für den Stand, denn wir haben unseren ersten Stand. Ich sehe da noch gar nichts. So, wir sind da und ich bin langsam aber sicher, so richtig aufgeregt. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Hiroshi, die uns noch ein bisschen was bringt für den Stand. Ich hoffe, sie kommt bald. Wir sind jetzt da, wie er gesehen hat. Wir sind auch fast fertig mit Aufbauen und ich muss noch mal ein großes Danke an Hiroshi aussprechen, weil Hiroshi hat mir heute wirklich den Arsch gerettet. Vielen Dank an dich. Du bist echt toll. Ich liebe dich. Dankeschön. Ja, ich bin echt sehr aufgeregt. Kuro auch. Ja, mal gucken, wie das heute läuft, Leute. Wie findet ihr mein Wikinger-Zöpfchen? Ja, das mache ich jetzt immer so. Also, ich bin jetzt schon positiv überrascht, wie gut das hier läuft. Also, wirklich. Danke für alles, Leute. Das ist heftig. Danke, danke, danke. Oder? Ja. Es ist so krass. Ich hätte damit gar nicht gerechnet. Einfach wow. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich muss die Kamera gucken. Ich habe gerade diese coole Maske geschenkt gekriegt von diesem Befischstück da. Hallo. Guck da, du hast auch, du machst auch sowas, ne? Hier, guckt da vorbei, Leute. Lohnt sich. Ich kann so nicht. Aber was warst du? Ich wurde gerade geplauscht von dem süßen Curry hier. Hallo. Danke für die Kuschel-Einheit. Immer gerne. Ja. Danke für die Kuschel-Einheit. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ich bin jetzt in meinem Herzen. Ich bin jetzt von alleine. Ich bin jetzt in meinem Herzen. Wir sind Pfeffestecke! Ich muss meine Eviso weg! Hallo! Wir sind Pfeffestecke! So, ich habe noch ein Geschenk bekommen vom Geburtstag von Bessie! Das packen wir jetzt mal zusammen aus. Ich stelle mal hier hin. Dann gucken wir mal. Warte, ich pack's erstmal aus. Das ist ein Nintendo-Controller für die Switch! Juhu! Mega cool! Danke gut! Leute, ihr seid einfach unfassbar und der Wahnsinn! Ich bin eine halbe Stunde vielleicht weg und die Jungs haben einfach den Heimladen verkauft. Ein Like für die Jungs! Nein Spaß! Habt ihr gut gemacht! So, hier schreien noch ein paar Leute rum. Es war so viel los heute. Es ist einfach unfassbar, wie viele Leute überhaupt hier zu Besuch waren. Und wie viele von euch am Stand waren. Ich möchte einfach mal an der Stelle sagen, ey dickes, dickes, dickes Dankeschön wirklich an jeden, der bei uns war. Und wenn er nur mit uns gequatscht hat. Und auch danke an jeden, der was gekauft hat. Und explizit nochmal danke an Hiroshi. Also wirklich, ihr seid der Wahnsinn Leute! Wir danken euch glaube ich alle! Ihr seid der Hammer! Mit ihr habe ich zwar nicht gerechnet, aber sie dankt euch bestimmt auch! Ja natürlich! Und wie gesagt, wir versuchen es, ob ich es jetzt schon sagen soll. Ich sage es mal einfach so. Und wenn ich es euch konnte, wir versuchen es definitiv wieder dahin zu kommen. Auch mal als Aussteller zu sein. Das wissen wir noch nicht, das ist noch nicht fest. Schauen wir da mal. Aber da wird, wenn sie ihren Hintern hochkriegt, auch da sein mit Produkten. Also... Also da sein werde ich jetzt bestimmt auf jeden Fall. Aber mal gucken! Ja! Ja muss! Kann ich am Stand aushelfen! Ja! Gut! Stimmt! Du bist Helfer! Ja! Auf jeden Fall echt, ich bin einfach nur sprachlos. Das hat sich heute echt mega für mich gelohnt. Ich habe am Anfang Wuppen gehabt, aber jetzt... Wow! Ich bin einfach nur sprachlos! So, ich muss es auch jetzt nochmal sagen. Vielen, vielen Dank an wirklich jedem, der heute vorbeigeschaut hat. Schaut auf jeden Fall die Videobeschreibung hoch, denn da sind alle aus meinem Team verlinkt. Und auch meine liebe Standnachburen verlinke ich da jetzt mal drinnen, weil ihr echt süßen Stammt. Da müssen wir vorbeischauen unbedingt. Ja, aber ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, was dann irgendwann kommt. Werden wir dann mal schauen, ob das so regelmäßiger wird oder nicht. Wir gucken wieder mal, ne? Bis dahin! Bis dann! Ciao!